Bum, 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 ja, bum. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann ja mal den Beitrag senken. Ich mache den mal wieder runter auf die anfänglichen 10 Euro. Dann schauen wir mal. Das wird jetzt gleich zu Beginn nach oben springen. Ja, also das ist klar für mich, dass es jetzt sich vervielfachen wird vom einen Tag auf den anderen. Die Frage ist, ob es die Rate aber dauerhaft ändert. Das wäre das, worum es mir jetzt gehen würde, ob das denn wirklich so ist. Denn das kann ich so noch nicht sagen. So, dann werde ich wahrscheinlich den Wahlkampf in Zukunft ein bisschen anders organisieren. Was heißt anders organisieren? Aber man kann auch so ein paar Kleinigkeiten an Investitionen ein bisschen anders regeln, wie ich das gemacht habe. Okay, ich werde außerdem, wenn wir das Geld irgendwann haben sollten, das kann zwar noch einen Moment dauern, aber falls wir das haben sollten, kann ich mir noch was anderes vorstellen, was wir denn tun. Okay, als nächstes steht die Wahl in Sachsen-Anhalt an. Das sind noch vier Wochen. Da kann ich ja gleich mal was nachschauen. Und zwar, wir haben gerade 28.000 Euro Sachsen-Anhalt. Wie viel kostet denn Radiowerbung? Das ist mir noch ein bisschen zu viel. Naja. Okay, fangen wir erstmal an. Also beobachten wir mal die Mitgliederzahl 236. Das wird sich jetzt verdreifachen, schätze ich einfach mal. Also so auf irgendwas mit 600, 700 würde das jetzt ansteigen, nehme ich mal an. Oh, habe ich unterschätzt. Da machen wir ja einen Verlust hier gerade. Geht aber nicht hier. Ja gut. Dann muss ich jetzt aber hier die Zahl hier anpassen. Einen Moment. Wir sollen ja auch hier eine Zeitung kriegen. Ich stelle das mal eben auf 500. Das kostet dann halt auch wieder Geld, ne? Jetzt haben wir ordentlich hier Geld verloren, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Einfach nur, weil auch die Mitgliedsbeiträge jetzt weniger sind, die wir bekommen. Aber okay. Wenn das einen positiven Einfluss auf die Rate hat, dann soll es mir recht sein. So, weiter geht's. Sachsen-Anhalt. Da sind wir. Wahrscheinlich wird die TA, die Tierschutzallianz, ordentlich Prozente wiederholen. 84 Prozent. Ich glaube, die werden immer stärker, ne? Die sitzen jetzt alleine. Die sitzen jetzt alleine im Landtag. Wahnsinn. Wie soll man dagegen ankommen? Wo sind wir denn? Hier. Wir haben gewonnen. Aber, naja. Ja. Die haben alle Sitze. Oh Mann. Äh, ja. Huch, da ist noch irgendwas ordentlich, was passiert gerade. Dann haben wir jetzt 20.000 bekommen. Das ist ja sehr schön, muss ich sagen. So. Dann stellen wir das ein. Hier ist nichts Neues. Ne. Und die Mitgliederzahl ist wieder gestiegen. 600. Dann geht's weiter, schätze ich mal. Machen wir weiter. Warte ich wieder auf die nächste Wahlkampfpauschale. Ich möchte gerade aber mal was nachschauen. Man kann ja hier die Woche ein bisschen höher einstellen, ne? Da hätte man jetzt Werbung für, ja, fast zwei Jahre. Wenn ich das jetzt auf das ganze Land verteilen würde, das würde Millionen kosten. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich das mal nicht mal demnächst machen möchte, aber das kostet halt sehr viel. Dafür hat man aber zwei Jahre lang über das ganze Land verteilt Dauerwerbung und dadurch macht man sich natürlich auch bekannter. Naja. Oh, 608. Moment, da muss ich wieder anpassen. 650, so. Ja. Ja. Okay. Dann ist immer noch nichts passiert. Weiter geht's. Jetzt sinkt die Mitgliederzahl wieder. Hier ist die Wahlkampfpauschale für Berlin. Ähm, alles klar. Wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile auf dem Sparbuch? Äh, 1.738.000. Okay. Wie viele Wochen ist Berlin? Elf Wochen. Elf Wochen. Berlin. Player verteilen. Plakatwerbung. Ui, ui, ui. Das hat auch noch nicht Geld gekostet. Das kostet noch mehr. Ne, warte mal. Okay. Weiter geht's. Langsam wird das Geld knapp hier. Ich muss mal wieder was runterholen. Von der Bank. Ja, Moment. Ich runde das. Ich nehme mal 40.000. Äh, ich bin wegen Geldanlagen gekommen. Vom Sparbuch brauche ich was. Und zwar will ich das da abheben. Und zwar 40.367 Euro. So. Können wir mal vergleichen, wie viel Geld wir dann haben. Alter, der Zins ist ganz schön eingebrochen. Das sehe ich gerade. Das ist ganz schön ärgerlich. Und die Mitgliederzahl ist auch ganz schön eingebrochen. Nichts passiert. Hm. Hm. So, und der Staat macht ordentlich Geld. Wir haben jetzt ganz schön, äh, ja. Wir kriegen jetzt ganz schön wenig Geld. Gerade. Ja, war zum Abgeordnetenhaus Berlin. Da haben wir Werbung gemacht. Sind aber noch nicht eingezogen. Schade. Okay, sie spendet in der Niere. Da müssen wir mitzählen. Sie hat jetzt eine Niere gespendet. Schauen wir mal, ob sie das in Zukunft nochmal machen will. Äh, ich meine, ich hätte mal einen Politiker gehabt, der drei Nieren gespendet hat oder so. Okay. Bremen. Da ist noch keine Wahlkampfpauschale angekommen. Ich kann ja schon mal. Moment, die Wahl ist in 16 Wochen. Ich kann ja schon mal ein bisschen früher anfangen in Bremen. Kostet ja auch nicht so viel. So. Hält sich alles sehr an Grenzen. Ach komm. Machen wir mal. Ich werde jetzt, glaube ich, wieder was von der Bank holen müssen. War vielleicht auch nicht so eine gute Idee, das Geld dafür jetzt so aus dem Fenster zu werfen. Für Bremen. Ich meine, Bremen ist kleiner, da muss man auch nicht so viel ausgeben, ne? Ja gut, die Linke hat jedenfalls den Bürgermeister in Berlin. So, jetzt ist sie auch noch hilfsbereit. Dann wird ja immer besser. So, hier ist die Wahlkampfpauschale Bremen. Wie viel Geld haben wir hier? 3000 sind in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht, aber das ist ja nicht viel. Der Zins ist schon wieder runtergegangen. Och Mann. Ich brauche doch Zinsen. Darauf basiert doch meine ganze Kalkulation hier. Leute. Sieht aus, als würden wir ordentlich dazugewinnen hier in den Prozenten, wenn ich das so richtig interpretiere. Die Werbung scheint sich auszuzahlen. Naja. Hier ist noch keine neue Wahl. Nein, ist natürlich nicht. Oh, was war das? Neues aktuelles Thema. Naja, sonst nichts Neues. Ich muss wieder Geld von der Bank holen. Wenn ich jetzt mir vornehme, ne? Ich nehme jetzt Sparbuch und nehme jetzt von der Bank folgenden Betrag. Und zwar 4591 Euro. Ja? So. Um wieder genau auf diesen selben Betrag zu kommen, auf den ich vorhin auch war. Ich glaube, da werden wir sehr schnell drunter rutschen, oder? Ach, die Atomkraft wurde noch nicht abgeschafft. Ich dachte, das hätten sie schon gemacht. Hm. Interessant, dass diese Koalition, die wir gerade haben, das abschaffen will. Oder zumindest einen Minister daraus. Ja. Es wurde abgelehnt. Aha. Faszinierend. So, jetzt sind wir im Minus. So, Mecklenburg-Vorpommern steht an. Und ich muss nochmal was von der Bank holen. Und zwar 680 Euro. Och Mann, das Geld auf dem Bank wird, auf dem Bank, auf der Bank wird wieder weniger. Wegen den doofen Zinssätzen. Ja gut, dann muss ich ein bisschen mehr runternehmen. Damit wir nicht wieder ins Minus rutschen. Schade. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben wieder ordentlich Mitglieder bekommen gerade. Äh, ja. So, da sind wir. Schauen wir mal. Juhu, 13%. Nicht schlecht. 8,71% dazu gewonnen. Damit haben wir eine schöne Präsenz in der Bremer Bürgerschaft. Wunderbar. Parteispende mit ein paar tausend. Und bald kommt, äh, ja. Oh, hier habe ich mir nochmal nichts gesagt. Anheben bringt Geld. So, 836. Das ist jetzt wieder ganz schön nach oben geschossen. Kann das sein? Moment, muss ich gleich mal gucken. Ne, unsere, äh, Bedeutungsstufe ist noch nicht gestiegen. Ist aus einem anderen Grund anscheinend so hochgegangen. So, und ich würde mit allen verhandeln, damit wir auch eine hohe Chance haben, in die Regierung zu kommen. Und wir sind in der Regierung, jawohl. Unter der Union. Naja, gut. Unsere Politik ist eigentlich auch. Ne, die ist nicht konservativ. Aber liberal. Ne, gut. Wir passen vielleicht auch nicht so gut zusammen. Ähm, okay. Parteispende. Das ist wieder schön. Wieder ein bisschen Geld reingekommen. Genau, da ist nichts Neues. Dann kommt als nächstes Mecklenburg-Vorpommern. Das sind 18 Wochen. Kann ich ja schon mal. 18 Wochen. Mecklenburg-Vorpommern. Flyer verteilen. Und Plakatwerbung. Und ob ich noch Radiowerbung machen will, damit warte ich noch ein bisschen. So. Ah, jetzt sind wir Stufe 5. Jetzt müsste das dann eigentlich nochmal ansteigen. Die Beliebtheit. Also, ich meine von... Ich meine, nicht die Beliebtheit müsste ansteigen, sondern unsere Mitglieder zahlen. Aber das tut sie gerade nicht so sehr, wie ich jetzt erwartet hätte. Nordrhein-Westfalen. Das wird teuer. Äh, 850, ne? Naja, gut. Ist ein bisschen angestiegen. Ich kann ja mal auf 900 gehen. Jetzt die Frage, wie viele Mitgliedsbeiträge haben wir? 4.000. Ich habe jetzt keinen Vergleich, wie viel das vorher war. Ja. Müsste ich jetzt eigentlich vergleichen, aber schwierig. So, Wahlkampfpauschale ist da für Mecklenburg-Vorpommern. Gut, da haben wir ja schon investiert. Dann ist die Frage... Haben wir bald Nordrhein-Westfalen dran? Wie viel kostet denn Nordrhein-Westfalen? Also, es ist jetzt in Woche 5. Dann haben wir noch 14 Wochen bis zum neuen Jahr und plus 5 sind 19. Also haben wir 19 Wochen Nordrhein-Westfalen. Wie viel kostet 19 Wochen Nordrhein-Westfalen? Flyer-Werbung. Ordentlich. Ich kann ja mal schon mal früher anfangen mit der Werbung. Äh, ja. Haha, ich brauche den Geld. Ja. Geben Sie mir einfach etwas Kohle, ohne Fragen zu stellen. Tut mir leid, aber das werden mir leider nicht erlaubt. Bitte, ich werde es Ihnen danken. Niemals. Das kann ich einfach nicht machen. Schade. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, dann nehme ich das Geld eben von meinem Konto. Wenn es sein muss. Der Zinsatz ist wieder ein bisschen hochgegangen. Immerhin ein bisschen. Geld abheben. Das muss ich aber ordentlich Geld abheben, damit wir einen vernünftigen Wahlkampf machen können. Dann, so, 19 Wochen, habe ich gesagt. So, dann stellen wir das mal ein. Flyer verteilen. So, jetzt ist das Geld eigentlich schon weg. So ziemlich, ne? Wenn die Wahlkampfpauschale kommt, dann, ja, da können wir noch ein bisschen investieren. Kann man ja machen. Ich meine, müsste ich auch. Dafür habe ich das Geld eigentlich angespart, ne? Gut, also, wenn die Wahlkampfpauschale da ist, kommt noch ein bisschen was dazu. Huch, da war ordentlich jetzt ein Mitgliederanstieg. Ganz plötzlich. Okay. Die wollen die Steuer erhöhen. Für bis 5.000. Also, die Einkommenssteuer bis 5.000 Euro. Okay. Okay, die Mitgliederzahl ist über 1.000 gerutscht. Okay. Wahlkampfpauschale ist da. Das ist nicht allzu wenig Geld, was wir da gerade gekriegt haben. Und ich muss hier mehr Zeitungen. Ja, muss noch mal. Ich gehe mal auf 1.300. Ich will ja ein bisschen für die Zukunft gewappnet sein. So, Niedersachsen kommt auch bald. Das kostet auch wieder Geld. Uiuiui. Naja. Wie viel kostet denn... 18? Ne, das ist Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen. 5. Das sind dann 6, also 11 Wochen. 11 Wochen. Nordrhein-Westfalen. Parakadwer. Oha. Oha. Okay. Das Geld hole ich jetzt aber. Ich will in Nordrhein-Westfalen auch ordentliche Erfolge haben. Ich hoffe nur, dass sich das auch lohnt. Mein Sparbuch. Dann hole ich mal 200.000 Euro oder so runter. Und ich kann nur hoffen, dass in nächster Zeit der Zinssatz wieder hoch geht. So. Gut, 11 Wochen Nordrhein-Westfalen. Plakatwerbung. So. Wie viel kostet Radiospots. Ja. Ein Vielfaches. Okay. Dann. Erstmal weiter so. Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich da jetzt was extra gemacht. Ja, ich hätte vielleicht später nochmal Radiospots da reinschauen wollen, aber andererseits. Das kostet dann wieder so ein Vermögen. Weiß ich noch nicht. Ja, okay. Das war zu erwarten. Haben die schon wieder gewonnen. Die sitzen auch bald alleine im Landtag, wenn das so weitergeht. Gut, dann ist als nächstes Niedersachsen. 1.200, nee, wir haben 1.200, nee, wir haben 1.300, ne? Genau. Okay, dann geht das noch. Gut. Dann geht es weiter. Jo, warten wir erstmal auf die Wahlkampfpauschale. Haben schon wieder mehr Geld, also mehr Schulden abgebaut. 5 Jahre, dann sind sie schuldenfrei, ne? Wenn das so weitergeht. Ja, in 5 Jahren ist Deutschland schuldenfrei. Wenn ich das gerade richtig interpretiert habe. So, wann ist... Oh, 3... Ist bald. Okay. 3 Wochen. Dann kann ich gerade nochmal schauen. 3 Wochen Radiospots. Können wir uns sogar leisten. Ich kann es ja mal machen. Oder, Moment, wie viel haben wir jetzt gerade? Ich kann ja mal vergleichen. Wir haben gerade ein Plus von 7%. Ja? 10% steht hier. Wenn ich jetzt das Geld investiere, die 3 Wochen Radiowerbung, also 10%. Jetzt machen wir 3 Wochen Radiowerbung und schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ob das sich gelohnt hat, weiß ich nicht. Wir sehen es hoffentlich dann. Weiter geht's. Da ist nämlich jetzt Nordrhein-Westfalen. Und wir sind noch nicht dabei. Wir sind hier. Nö, hat nichts gebracht. Okay, ich habe Geld rausgeschmissen. Sehr schön. Okay, hier wird es ganz schwierig werden, eine Regierung zu bilden. Wir mischen uns einfach mal überall ein, wo es geht. Aber wir haben jetzt ordentlich Geld gekriegt für das Ergebnis, was wir ja, wie ich sehe. Dafür können wir den Wahlkampf in Niedersachsen finanzieren. 12 Wochen. Ach, die Wahlkampfvorschale in Niedersachsen ist auch angekommen. Gut, dann werfe ich jetzt einiges an Geld nach Niedersachsen. Und zwar Flyer, Plakatwerbung und Radiowerbung. Wie viel kostet die? Weiß ich nicht, ob ich so viel Geld ausgeben will. Dann warte ich vielleicht einfach noch und versuche später nochmal dran zu denken. Und kann erstmal ein bisschen Geld schon mal wieder auf die Bank bringen. Denn ich will da ja auch langsam mal wieder was ansparen. Ich wollte, mein Ziel war es eigentlich ursprünglich, von den Zinsen leben zu können. Ja, jetzt ist der Zinssatz so eingebrochen, dass ich mir da nicht sicher bin, ob das demnächst klappen wird. Weil man muss ja auch ständig wieder investieren. Man will ja auch bei den Wahlergebnissen Fortschritte machen. Also ich meine, wenn man nur sparen würde, dann könnte man natürlich auch irgendwann unendlich viel erreichen. Ja gut. Schauen wir mal, was wir noch in Niedersachsen investieren und wie das noch läuft mit den Zinssätzen. Und wie sich das mit den Mitgliedern entwickelt. Ich kann da bald wieder erhöhen. Ja, zu dem Mitgliedsbeitrag. Ich kann ja kurz erklären, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar habe ich mir das ursprünglich so gedacht mit dem Mitgliedsbeitrag, dass das Spiel das so berechnet, dass es eine Bedeutungsstufe gibt. Und, ähm, wie soll ich sagen? Dass man da so irgendwie grundsätzlich hat noch ein Motto, äh, für jede Bedeutungsstufe gibt es einen Optimalwert. Und weil sich das auch immer direkt anpasst. Weißt du, wenn ich den, äh, wenn ich den, äh, Mitgliedsbeitrag verdoppelt habe, dann hat sich die Mitgliederzahl fast halbiert. Und wenn ich die halbiert habe, dann hat sich die Mitgliederzahl irgendwie fast verdoppelt oder sowas in dem Bereich ungefähr. So, hatte ich das zumindest ungefähr beobachtet. Deswegen hatte ich immer den Eindruck, dass das mit der Rate nichts zu tun hat. Dass die Rate wieder was eigenes ist. Aber wenn das nicht so ist, dann können wir das erstmal so weit unten lassen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das da nicht verglichen, wie sich das verhält, aber können wir ja mal sehen. Okay, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zusehen und, äh, schauen wir mal, wie es weiterläuft, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und fandest du was scheiße, war's deine Wahl, der Qual, ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.